Waren es zwei Kugeln? Oder vielleicht mehr? War es ein Schütze? Oder vielleicht mehrere? War es ein Einzeltäter? Oder stecken andere Sachen dahinter? war es no lee harway ausweiter alleine oder war es vielleicht doch die cia zufall oder richtig perfide geplant das und mehr erfahrt ihr in meinem nächsten video das attentat auf jfk vergesst nicht mal kanal zu abonnieren bis dann